Morgen bitte, wenn es geht, wenn ihr das Foto haben wollt. Dankeschön, wir machen weiter im Test. Ja, nochmal. 10.gmx.de Habt ihr euch es gemerkt? Schickt eine Mail, dann kriegt ihr ein Foto. Hier vorne auf jeden Fall, ganz hinten, ihr seid alle da drauf. Wow! Wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt.